Dienstag in aller Frühe. Polizei durchsucht eine Berliner Moschee. Der Verdacht, Islamisten hätten über mehrere Strohfirmen zu Unrecht Corona-Hilfen kassiert. Einer von mittlerweile 870 Verdachtsfällen allein in der Hauptstadt. Auch möglich durch wohl ungenügende Prüfung der Anträge durch die Investitionsbank Berlin. Innerhalb von nur 48 Stunden hatte die landeseigene Bank 890 Mio. Euro Soforthilfen ausgezahlt. Keine Kredite, sondern Zuschüsse, überwiegend aus Bundesmitteln. Schließlich waren es rund 1,3 Mrd. die, so Ermittler, unter fragwürdigen Bedingungen bewilligt wurden. Anfang April schickte das LKA eine Warnung an alle Berliner Banken wörtlich. Aufgrund der fehlenden Prüfungen lädt das Antragsverfahren zu betrügerischen Antragstellungen von Nicht-Anspruchsberechtigten geradezu ein. Dadurch ist die Tatgelegenheit zum Betrügen sehr groß gewesen. Anders als in anderen Ländern wurden in Berlin weder Ausweismelde- noch Gewerberegisterdaten standardmäßig geprüft. Anträge auf Zuschüsse konnten nur online gestellt werden. Dabei wurden laut Investitionsbank Berlin widersprüchliche Fälle aussortiert und später die Kontrollen verschärft. Nach ARD-Informationen aus Kreisen der Bundesregierung muss Berlin nun mit erheblichen Rückforderungen des Bundes rechnen. Und mehr zu diesem Thema heute Abend um 21.45 Uhr im Politmagazin Kontraste. Abonnierteta in Informationen und phenomenonen de anybody